Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu diesem Webinar heute. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und ich hoffe, dass auch diejenigen mit vielleicht ein paar technischen Problemen jetzt bei uns sind. Ich werde am Anfang noch ein bisschen was zum Webinar allgemein sagen und gebe somit auch denjenigen noch ein bisschen Zeit, sich zu uns dazu zu wählen. Das heutige Webinar geht über das Thema Herausforderungen des Brandschutzes, speziell in der Papierindustrie. Was gibt es hier denn für Herausforderungen und wie können wir darauf reagieren? Was gibt es für Möglichkeiten in der Brandmeldetechnik und vor allem geht es hierbei nun um die videobasierte Branderkennung, diese Herausforderung zu umgehen oder sie zu meistern. Das Webinar, worüber es heute geht, wird aufgezeichnet. Sie müssen wissen, dass Sie nicht gesehen werden, also es bin lediglich ich, und die Folien, die wir sehen und auch mich, die man nur hört. Sie sind einfach stumm geschalten, dass man da nichts mitbekommt und auch, dass niemand sieht, wer jetzt auch dabei ist. Also da keine Angst. Es ist einfach nur, dass wir es auch als Backup haben für diejenigen, die sich heute nicht dazu wählen können und es gerne nachschauen wollen. Oder gegebenenfalls haben Sie auch an der einen oder anderen Stelle noch Fragen oder sind sich nicht ganz sicher, worüber wir gesprochen haben, sodass Sie das auch im Nachgang nochmal anschauen wollen. Wenn es Fragen gibt, die während des Webinars hochkommen, dann nutzen Sie doch gerne diese Q&A-Funktion des WebEx. Die finden Sie unten rechts, so wie hier angezeigt, auf der Folie, und wenn Sie die öffnen, haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese Fragen werde ich am Ende beantworten, dass so für mich einfacher ist, durch das Webinar zu NX durchzugehen und im Anschluss auf Ihre Fragen einzugehen. Bitte seien Sie auch hier offen, Fragen zu stellen, denn nur so kann ich auch verstehen, wo gegebenenfalls noch Informationen notwendig sind. Also Antworten folgen am Ende des Webinars. Für die Antworten, für die wir keine Zeit haben, die kriegen Sie dann im Nachgang beantwortet. Auch im Nachgang an das Webinar bekommen Sie nochmal eine E-Mail und diese E-Mail beinhaltet den Link zu dem Webinar, die Präsentationsfolien, ausgenommene Videos und weitere Informationen, wo Sie Aufzeichnungen finden oder wie Sie auch an weiteren Webinaren teilnehmen können. Jetzt lassen Sie uns aber mal starten, das Thema des heutigen Webinars anzugehen. Es geht hierbei um die Thematik Brandschutz in der Papier- und Zellstoffindustrie. Damit wir wirklich tiefgründig auf dieses Thema eingehen konnten, haben wir verschiedene Interviews geführt. Diese Interviews haben wir geführt mit Sicherheitsmanagern, gerade aus der Papier- und Zellstoffindustrie. Wir fokussieren uns jetzt auf eine Industrie, damit wir genau hier herausfinden können, wo entstehen denn Brände? Was ist denn der Hintergrund und wie können wir dagegen vorgehen? Zunächst aber möchte ich auf die Ziele von Sicherheitsmanagern in der Papier- und Zellstoffindustrie eingehen. Vielleicht sind Sie so jemand und deswegen sind Sie heute im Webinar. Oder aber Sie sind jemand, der einen Kunden hat in der Papier- und Zellstoffindustrie, wo man sich denkt, wo sind denn eigentlich seine Probleme? Aber gerade was hat er denn als Ziel? Und das erste und natürlich wichtigste Ziel, weshalb wir überhaupt über Brandschutz reden und Brandschutz in Gebäuden installieren, ist, dass wir Sicherheit gewährleisten möchten. Brandmelder haben das Ziel, Leben zu sichern, Menschenleben zu retten, bevor es hier zu irgendwelchen größeren Schäden kommt, wenn ein Brand in einem Gebäude entstanden ist. Aber nicht nur die Menschenleben sind uns wichtig, sondern eben auch die Maschinen und das Gebäude selber. Hier möchten wir den besten Schutz gewährleisten, natürlich auch aufgrund von baulicher Maßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen, aber eben auch, Brände so schnell wie es geht zu erkennen. Der zweite Punkt geht eigentlich mit dem ersten einher. Ich möchte Menschenleben retten, die Maschinen sichern, aber natürlich möchte ich auch meine Geschäftskontinuität beibehalten. Wenn ich mich jetzt in eine Situation versetze, ich wäre ein Papier- und Zettstoffhersteller und meine Maschine würde abbrennen, dann habe ich das Problem, dass eben die Maschine nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich muss sie reparieren. Vielleicht war es eine sehr spezielle Maschine und ich muss diese erneut kaufen. All das ist eine verzörende Produktionsablauf. Das heißt, somit kriegen meine Kunden die Produkte viel später. Vielleicht sind auch Produkte zerstört worden und ich muss hier dem Kunden sagen, tut mir leid, dauert eine Woche länger und das führt oft nicht zu guten Reputationen oder eben zur Zutriegenheit des Kunden. Das nächste Ziel, was die Sicherheitswendete haben, ist, dass man Risiken minimieren möchte. Das heißt, ich wende Maßnahmen an, um ein Risiko zu minimieren, aber auch die Auswirkungen eines Brandes so gering wie möglich zu halten. Und der vierte Punkt in diesem Fall ist, dass Richtlinien eingehalten werden. Richtlinien zum Thema Brandschutz, Richtlinien zum Thema, was stelle ich wo ab, aber auch Richtlinien zum Thema Wartung. Wenn jemand in meine Fabrik kommt, um eine Wartung durchzuführen, dann muss auch der die Richtlinien einhalten. All diese Ziele führen dazu, dass mein Unternehmen im Endeffekt sicher ist, sicher vor Bränden, aber auch wenn ein Brand entsteht, eben sicher davor, dass dieser nicht zu groß wird und meine komplette Fabrik in diesem Fall zerstört wird. Jetzt habe ich von diesen ganzen Punkten geredet. Und man könnte sich jetzt denken, ja, sie sagt zwar, sie hat Interviews gefühlt, aber vielleicht sieht sie sich das auch nur aus den Fingern. Wir haben mal einen Referenzkunden mitgebracht. Das ist ein Referenzkunde aus Ecuador. Dieser Kunde ist Inkapalm. Die produzieren Kartonagen für Bananentransporte. Ein sehr interessantes, eine sehr interessante Fabrik, ein sehr interessantes Geschäft. Und hier kommt schon der erste Punkt. Hier, hier, ab hier, Industrie. Ja, was kann denn hier gegebenenfalls passieren oder was ist hier schon passiert? In dieser Fabrik hat es auch schon einmal gebrannt. Und der Kunde, der hier auch dieses Statement unten gesagt hat, der Sicherheitschef, meinte halt, dass er jetzt auf Aviotech gesprungen ist, als Sicherheitslösung für sein Unternehmen, weil wir hier Innovation mit Schnelligkeit kombinieren können. Menschen, also tatsächlich auch die Leute vor Ort, die sich eben das Videobild anschauen können, schnell agieren können. Ich weniger Investitionszeit benötige und somit eine schnelle Lösung biete. Der Kunde hier in in Ecuador hat bereits ein komplettes Lager ausgestattet mit Aviotech und wird jetzt oder hat jetzt auch im letzten Jahr weitere 24 Stück gekauft, um eben hier seine Produktion auch noch auszustatten mit der videobasierten Branderkennung. Das zweite Zitat, was ich mitgebracht habe, ist ein Zitat, was ich selber gehört habe von einem Kunden, der mir nämlich gegenüber stand und meinte, ja, das größte Problem, was ich eigentlich habe, ist, wenn ich abends nach Hause gehe, weiß ich, dass gewisse Maschinen weiterarbeiten können, auch wenn kein Mitarbeiter mehr in der Firma ist. Aber wenn ich dann am Morgen hinkomme in die Fabrik und sie ist runtergebrannt, das ist die größte meiner Ängste, dass ich nach Hause gehe und komme am nächsten Tag zurück und es ist einfach abgebrannt und ich habe es nicht schnell genug mitbekommen, weil irgendwas passiert ist, ja, was ich gar nicht gedacht habe oder was nicht schnell genug reagieren konnte, damit ich hier eingegriffen wurde. Ich denke, die zwei Beispiele spiegeln ganz gut wider, warum wir heute hier sind. Und ich möchte nur einmal darauf eingehen, wo sich eigentlich Gefahrenquellen oder welche Bereiche in der Papierindustrie eigentlich Gefahrenquellen wirklich darstellen für Brände. Wir reden auch davon, dass es brennen kann, aber manchmal ist uns auch gar nicht so bewusst, wo es denn genau und warum passiert. Wir haben hier für die Papierindustrie drei Bereiche herausgefunden. Der eine Bereich ist natürlich die Produktion, also die Produktionsbereiche mit Maschinen, mit Trocknern, mit auch Papier, was hier schon gelagert wird, beziehungsweise auf den Förderbänder transportiert wird. Jetzt überlegen wir uns mal, dass so eine Maschine einen Motor hat, da ist Strom dahinter, da bewegt sich etwas und all diese Punkte können dazu führen, dass sie überhitzt. Und dieses Überhitzen in Kombination mit trockenem Papier auf der Maschine kann natürlich dazu führen, dass es sich entzündet. Das heißt, hier ist schon mal eine Quelle für einen Brand. Eine weitere Quelle für Brände stellt natürlich das Förderband an sich dar. Sie sind natürlich so gestaltet und konzipiert und produziert, dass nicht tagtäglich so eine Maschine anfängt zu brennen. Aber trotzdem können hier Rollen mal heiß laufen. Es kann einen Kurzschluss geben. Es gibt hier immer eine Möglichkeit, dass irgendwas mal nicht so passt, wie es normalerweise passt und eben ein Brand entsteht. Zudem ist hier in der Luft einfach auch viel Papierschnitzel, viel Papierstaub und all dies ist einfach hochentzündlich. Das heißt, das ist die Produktionsstätte. Als zweiten Punkt sehen wir Wartungsbereiche, also Serviceflächen, wo man sagt, dass hier Rohre vorhanden sind, die auch mal nicht gut isoliert sein können. Das kann auch mal passieren, dass hier Gase austreten und somit eben Brände entstehen. Nicht nur die Wartungsbereiche an sich, sondern auch bei Wartungen in der Produktion können hier Brände entstehen durch eben Schweißungsarbeiten, durch Hitzequellen, die danach noch sind, die man gar nicht gesehen hat. Man schweißt und in dem Moment fällt einem das nicht auf, man geht weg und im Nachgang entsteht dann wirklich nochmal eine Hitze an dieser Fläche, wodurch dann eben ein Brand entstehen kann. Und der dritte Bereich, für uns auch sehr relevant in diesem Fall, ist der Außenbereich. Überlegen Sie sich mal, Sie sind in der Fabrik und da ist alles super geschützt. Sie haben eine richtig gute Brandmeldeanlage. Sie haben auf alles geachtet. Sie haben wirklich dafür Sorge getragen, dass wir hier frühstmöglich einen Brandschutz oder ein Eingreifen eben vonstatten gehen kann, wenn ein Brand entstanden ist. Jetzt gucken wir in den Außenbereich. Was ist da? Ist da etwas installiert, was Brände erkennen kann? Oder gibt es hier die Möglichkeit, frühzeitig auch einzugreifen, Bevor dieser Brand gegebenenfalls von einem Außenlager auch das Gebäude übergreift. Gerade hier, wenn die Papierblöcke so gestapelt werden, dass Gänge dazwischen sind, die als so eine Art Kamin fungieren können, wo ich verschiedene Witterungsbedingungen habe. Sonne, Regen, Hitze. All dies kann dafür sorgen, dass Papier auch austrocknet und sich selbst entzündet. Papier oder auch Materialien wie Kartonagen haben diese Last in sich, dass durch Hitze und Sonneneinstrahlung hier wirklich ein Brand doch einfach so entstehen kann, ohne Außeneinwirkung. Natürlich kann es auch passieren, dass gerade in Außenlagern mal jemand unbefugt das Gelände betritt, aber auch dem können wir entgegenwirken mit einer Installation von Überwachungskameras oder in dem Fall eine Kombination aus beiden. Jetzt haben wir mal diese drei Bereiche gesehen und gemerkt, dass nicht nur einer dieser Bereiche, sondern wirklich alle Bereiche dazu führen können, dass ein Brand entsteht und sich auch verbreitet. Und das ist mit eines der größten Probleme, dass wir hier überall eine hohe Last haben, aufgrund des vorhandenen Papieres, der Kartonagen und so weiter, dass sich eben Brände auch schnell verbreiten können. Jetzt reden wir am Anfang in dem Titel der Folie darüber, dass es Herausforderungen gibt und die wir heute in diesem Webinar mal umgehen wollen oder meistern wollen. Die Herausforderung, die ich sehe oder die auch wir gesehen haben für Standard-Brandmeldetechnik in solchen Industrien ist zum einen die hohe Brandlast, also das schnelle Ausbreiten von Bränden. Wenn ich hier nicht früh genug erkenne und ein Brandmeldesystem sehr lange braucht, um diese Brände zu erkennen, kostet es mich Zeit. Es kostet mich im Endeffekt dann auch Reparaturkosten und weitere Produktionszyklen. Aber hier muss ich halt gucken, wenn ich eine hohe Brandlast habe, dass ich ein Brandschnitt entwickeln kann, dass ich frühzeitig erkenne. Schwierige Umgebungsbedingungen. Da gehe ich vor allem darauf ein, dass es häufig staubig, aber auch feucht ist in der Papierindustrie. Die Luft enthält Staub, Feuchtigkeit und all dies kann sich eben, als Beispiel nehmen wir jetzt den Punktmelder mal, das kann sich darin absetzen. Das erfordert dann, dass ich ihn regelmäßig reinige, austausche, wieder nochmal reinige, nochmal austausche, weil sich eben dieser Staub zusammen mit der Feuchtigkeit so richtig schön drin setzen kann. Auch wenn ich überlege, Ansaugrauchsysteme als Beispiel. Ja, ich habe oft einfach die Rohre, die sich vollsetzen mit diesem Staub, Falschalarme auslösen oder eben auch hier gereinigt werden müssen, alle zwei bis drei Wochen. Das heißt, ich habe hier einen sehr großen Wartungsaufwand, aber auch ab und an Falschalarme. Und all dies in Kombination führt halt eben dazu, dass ich hier einen großen Aufwand habe, den ich minimieren möchte und auch kann. Und dann als dritter Punkt, was ich eben auch gemeint hatte, sind die Außenbereiche. Hier kenne ich halt kein wirkliches System, was dafür entwickelt wird, im Außenbereich installiert zu werden. Anmeldesysteme, auch aufgrund der Normen, sind einfach dafür gemacht, dass sie im Innenbereich angewandt werden. Es gibt die Möglichkeit, auch einen Flammenmelder mal draußen zu installieren, wenn ich ein Dach habe als Beispiel, aber auch da kann ich Flammen detektieren. Ja, was passiert denn aber, wenn ein Papier sich entzündet, erst mal nur in Anführungszeichen ausdampft und einen Rauch entwickelt? Den kriege ich mit einem Flammenmelder nicht. Und das ist oft der erste ausschlaggebende Punkt bei einem Brand, dass sich Rauch entsteht und ich den erkennen möchte, bevor überhaupt eine Flamme entstanden ist. Und um diese Herausforderung eben jetzt zu meistern, haben wir die Aviotech entwickelt und auch auf den Markt gebracht, um genau diese speziellen Punkte zu negieren beziehungsweise dagegen vorzugehen und das zu lösen. Das heißt, mit einer videobasierten Branderkennung wie Aviotech kann man hier gegen vorgehen und kann eben genau diese Höhen meistern. Wenn man also weiß, dass es Probleme gibt mit einem Brandmeldesystem, nicht weil die nicht gut sind, sondern einfach, weil sie hier vor Herausforderungen gestellt werden, dann ist Aviotech eine sehr gute Lösung, um sie dort zu installieren. Schauen wir uns doch nochmal jetzt ein bisschen detaillierter die Anwendungsfälle an, die es eben in der Papierindustrie gibt. Wir hatten ja vorhin die Produktionsstätte, die Servicebereiche und die Außenbereiche und wollen uns jetzt nochmal genau anschauen, was hier eigentlich passieren kann. Rechts nochmal das Bild in groß. Das heißt, ich habe diese Maschine, auf dieser Maschine läuft die Papierrolle und das Papier wird befördert. Hier kann natürlich aufgrund der Elektrizität oder eben auch dem Erhitzen ein Brand entstehen. Warum bietet hier jetzt Aviotech eine Lösung? Wir können mit Aviotech als videobasierte Branderkennung direkt am Ursprung detektieren, dediziert auf die Maschinen achten. Das heißt, wir können sie so installieren, dass wir die Maschine im Blickfeld haben und bereits beim kleinsten Rauch an der Maschine erkennen können, dass hier ein Brand entsteht und dies weitergeben, die Maschine stoppen und dann automatisch hier eingreifen. Der zweite Punkt ist, warum hilft uns Aviotech in schwierigen Umgebungen? Aviotech als Kamera kann wie jede andere Sicherheitskamera auch in einem Gehäuse installiert werden. Die Installation in einem Gehäuse sorgt dafür, dass Staub und Feuchtigkeit kein Problem mehr sind für die Kamera. Das heißt, es setzt sich nicht ab in der Kamera, es beeinträchtigt sie nicht und durch die Konstruktion des Gehäuses habe ich auch kein Problem, dass sich der Staub oder die Feuchtigkeit so vor der Scheibe sammelt, dass ich praktisch nichts mehr sehe. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass mein Wartungsaufwand minimiert wird. Ich sehe ja, ob meine Scheibe jetzt beispielsweise so schwarz ist, dass ich nicht mehr durchschauen kann, dass ich rein theoretisch mit einem Lappen das Glas einfach sauber machen könnte, um hier wieder dafür zu sorgen, dass die Kamera sieht. Nichtsdestotrotz haben wir gerade in staubigen Anwendungsbereichen gesehen, dass eben die Gehäuse wirklich so konstruiert sind, dass wir hier einen sehr geringen Wartungsaufwand haben, also selten reinigen müssen das Glas und eben dieser Auswand auch gar nicht so groß ist, wie beispielsweise bei anderen Meldern. Zudem habe ich hier auch nicht das Problem, dass ich ständig irgendwie austauschen muss oder wirklich ausblasen muss. Also in diesem Fall ist der Wartungsaufwand und die damit verbundenen Kosten hier auch geringer als bei einigen Standard-Brandmeldelösungen. Und als letzten Fall den Außenbereich. Und der ist für mich immer noch sehr interessant, weil ich, wenn ich den Außenbereich absichere, nun auch mit einer Branderkennung, habe ich wirklich das komplette Gebäude abgesichert. Das heißt, ich habe im Innenbereich mein Brandmeldesystem, ich habe im Außenbereich und zusammen kann ich wirklich meine komplette Anlage eben gegen Brände schützen und hier auch die Branderkennung vorhanden haben. Was natürlich auch ein Vorteil ist im Außenbereich, dass die Aviotech nicht nur als Branderkennung funktioniert, sondern auch intelligente Videoanalyse nutzt, um beispielsweise unbefugtes Betreten eines Geländes oder auch das Abstellen von einer Kartonage oder Ähnliches an einem Ort, wo es nicht erlaubt ist, erkennen kann. Das heißt, all das läuft parallel zur Branderkennung. Somit kann ich sie auch an ein Video-Management-System anschließen. OMS mögen ja Abkürzungen, also Video-Management-System anschließen, sodass ich hier im Live-Bild sehe, okay, was geht hier eigentlich vor sich? Ist da jemand, der da nicht hingehört? Ist was abgestellt worden? Ist was weggenommen worden? All diese Möglichkeiten liefert die Aviotech zusätzlich zur Branderkennung. Jetzt habe ich relativ viel darüber gesprochen und fasse es nochmal ganz kurz zusammen, was wir jetzt gehört haben in den letzten Minuten. Also wir können früh Brand erkennen, das heißt Rauch und Flamme. Wir haben bei schwierigen Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel Staub und Feuchtigkeit, aber auch die Witterungsbedingungen im Außenbereich, kein Problem mit der Video-basierten Branderkennung. Jetzt sieht man die Aviotech auch mal, wir kommen auch gleich noch zu sprechen, was sie eigentlich, also wie es eigentlich funktioniert, diese Video-basierte Branderkennung. Wir bieten damit, dass wir einfach sehr schnell am Ursprung erkennen können, die Möglichkeit schnell zu agieren und Geschäftsunterbrechungen zu minimieren, beziehungsweise auch zu vermeiden, je nachdem wie schnell ich eben dann reagiere. Und weshalb wir das alles heute überhaupt machen, ist der Hintergrund, dass wir Aviotech eben schon sehr viel und häufig in der Papier- und Teststoffindustrie eingesetzt haben. Inkapalm in Ecuador ist ein Beispiel als offizielle Referenz, die wir nennen können. Wir haben aber auch in Deutschland bei Monedia-Bertelsmann Aviotech bereits im Altpapierlager eingesetzt und noch viele weitere, die ich jetzt leider namentlich nicht nennen darf, wo aber Aviotech hier wirklich schon einen Vorteil gebracht hat. Bei einem Ausflug zu Monedia von den Kollegen dort vor Ort haben wir tatsächlich auch schon mal ein Video bekommen, wo eine Echtauslösung von Aviotech aufgezeichnet wurde. Da lagen Papierschnipsel am Fußboden und die Sonne hat reingeschienen durch ein Glasdach. Und diese gebündelte Sonnenstrahlen durch dieses Glasdach haben dazu geführt, dass Papier ausgedünstet ist und angefangen hat zu quallen. Und dieser Start, zum Glück ist nichts passiert, lagen auch nur ein paar Papierschnipsel dort, aber dieser Start einer Ausdünstung eines Rauches hat eben dazu geführt, dass die Kollegen gemeint haben, wir müssen hier irgendwas tun. Wir müssen irgendwas an diesen Fenstern ändern, weil das kann so nicht weitergehen. Wenn wir da jetzt einen großen Papierblock hätten stehen lassen, dann hätte sich das definitiv entzündet. Also hier kann man auch erkennen, dass eben durch dieses Videobild die Möglichkeit besteht, zu wissen, warum ist denn das überhaupt entstanden? Warum ist mein Brand denn entstanden? Was war die Ursache? Und was kann ich präventiv gegebenenfalls auch tun, dass das einfach nicht mehr passiert? Relativ einfach mit Aufzeichnung durch die Kamera ist dies möglich. So, jetzt habe ich sie aber mitgenommen in die Papierindustrie und das, was Aviotech hier eigentlich leisten kann. Jetzt gucken wir uns doch noch mal ganz kurz an, wie funktioniert das eigentlich? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer heute alles dabei ist und ich denke, die einen oder anderen haben, und ich hoffe es auch, schon einiges von Aviotech gehört. Wer es noch nicht gehört hat, wir sind so glücklich, dass Sie heute auch da sind und es sich anhören. Was ist es eigentlich, wie die übersierte Branderkennung funktioniert das in unserer Lösung in der Aviotech? Ich habe vier Videos mitgebracht, zwei zeige ich jetzt am Anfang erstmal im Farbmodus. Die Aviotech läuft in einem Farbmodus und auch in einem Schwarz-Weibmodus. Und was wir jetzt hier sehen können, ist unser Brandlabor hier in der Nähe von Münzen, wo wir Testfeuer produzieren, damit unsere Standard-Brandmelder testen, aber eben auch die Aviotech. Was wir jetzt auf der linken Seite sehen, ist bereits eine Detektion von einer Flamme. Ich habe jetzt oben nochmal Alarm drüber geschrieben in großen roten Gutsamen, weil dieses kleine violette Rechteck nicht so gut zu erkennen ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist jetzt rot. Also dieses Rechteck haben wir so verändert, dass es eben rot ist und dass man es noch besser sehen kann im Bild. Die rechte Flammen können wir erkennen. Und auf der rechten Seite sieht man, dass wir auch erkennen können. Also auch da ist dieses Rechteck eigentlich in der relativ Mitte vom Bild, auch da die Alarmmeldung nochmal oben drüber, dass man eben gesehen hat, wie schnell das eigentlich funktioniert. Und dass der Rauch noch gar nicht so dicht sein muss, damit Aviotech hier wirklich auch detektieren kann. Also bewegter Rauch und direkte Flamme. Das ist das, was wir erkennen und detektieren können. Ich sage immer, wir, die Aviotech. Also Aviotech erkennt Flammen und Rauch. Wenn jetzt der Rauch mit der Flamme in einem Bild wäre, auch kein Problem, dann erkennen Sie beides. Es muss aber nicht sein. Und das wollte ich hier mit den Videos zeigen. Dann habe ich eben noch gesagt, dass Aviotech auch im Schwarz-Weiß-Modus erkennen kann. Hintergrund hierbei ist, dass wir jetzt auch bei Null Lux detektieren können. Das heißt wirklich Dunkelheit, wenn zusätzliche Infrarotstrahler installiert wurden. Und das ist es, was man jetzt auf diesen beiden Videos sehen kann. Auf der linken Seite sieht man eine Flamme. Und jetzt sieht man auch in der Flamme schon dieses rote Rechteck. Was man auch ganz gut erkennt, dass es da ein bisschen heller ist. Der Infrarotstrahler ist praktisch außerhalb von dem Bild installiert, damit die Szene eben beleuchtet ist. Wir können es nicht sehen, aber die Kamera nutzt es eben, um hier die Flamme und den Rauch erkennbar zu machen. Auf der rechten Seite sieht man das gleiche nochmal. Ich starte hier das Video nochmal neu. Was man jetzt auch ganz gut erkennen kann bei dem Rauch. Diese Umrandung, die kein Rechteck ist. Das ist eine Bewegungserkennung von der Kamera. Das ist das, was sie nutzt, um eben auch die intelligente Videoanalyse vollziehen zu können. Jetzt sieht man auch das gelbe Rechteck. Das ist dann praktisch der Brandalarm. Das heißt, diese etwas kuriosere Umrandung ist wirklich nur die Bewegungserkennung. Sobald aber das Rechteck erscheint, haben wir hier den Alarm. Und dieser wird dann eben weitergegeben an ein angeschlossenes System. Das sehen wir jetzt auch nochmal hier anhand eines Themas. Die Abiotek als Kamera hängt in einem Gebäude, wird dort installiert oder auch im Außenbereich überwacht einen bestimmten Bereich. Alles, was in dem Blickfeld der Kamera nun passiert, wird analysiert. Sobald eine Flamme oder ein Rauch entsteht, arbeiten die Algorithmen, die sich direkt auf der Kamera befinden. Das heißt, wir brauchen keinen Server, wir brauchen kein irgendwie anderes angeschlossenes System. Das läuft wirklich alles direkt auf der Kamera. Sobald die Flamme und der Rauch für eine bestimmte Verifikationszeit hier angestanden haben im Bild, ist es so, dass der Alarm getriggert wird und eben das angeschlossene System weitergegeben wird. Gut, hier scheint gerade die Sonne ganz schön rein, ich werde ein bisschen her. Ich kann nicht wundern, dass es nur, dass die Sonne gerade mal kurz rausschaut. Das angeschlossene System in diesem Fall kann ein Videomanagement-System sein, kann aber auch das Relais an der Kamera genutzt werden und an einer Brandmeldezentrale einen internen Alarm schalten, einen Hausalarm, irgendwie etwas, damit man dann sich das Videobild anschaut, um zu sehen, okay, was ist hier vor, was geht hier vor sich, was passiert hier, um dann eingreifen zu können. Nutzen Sie die Möglichkeit, dass es ein Videobild gibt. Ich für meinen Teil finde es super, mein Vater ist Feuerwehrmann und man hört immer wieder, dass es einfach so hilfreich ist, zu sehen, was eigentlich wirklich vor sich geht. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Pforte oder Sie wollen es auf Ihrem Handy sehen, Sie haben einen Sicherheitsmanager, der nachts da ist oder wie auch immer. Es passiert was in dieser Anwendung und Sie können nun über das Videobild sehen, was da eigentlich genau passiert. Wie weit ist denn der Brand nun entwickelt? Befinden sich da noch Menschen? Gibt es Material, was da noch liegt, was hochentfindlich ist? Ja, irgendwas Flüssiges, irgendwas, was jetzt hier noch dazu führen kann, dass der Brand sich extrem entwickelt. All das ist halt über das Videobild dann sehr einfach einsehbar. Und Aviotech gibt es ja das Bild auch gleich da, sobald der Alarm da ist. Nutzen Sie das. Auch wenn es an den Brandmeldezentralen angestossen wird, als interner Alarm oder ähnliches, kann ich ja dann das Videobild nutzen, um zu verifizieren und zu schauen, okay, was geht hier vor sich. Wie funktioniert das? Also was ist eigentlich die Technologie hinter Aviotech? Wir haben zwei verschiedene Algorithmen, die zum Teil auf einem Modell aufbauen und zum Teil aus künstlicher Intelligenz bestehen. Hat sich auch im Laufe der Zeit entwickelt, falls jemand dabei ist, heute im Webinar, der vor ein paar Jahren mal schon was über Aviotech gehört hat. Das Flammenmodell an sich ist gleich geblieben. Eine Flamme hat einen Flammenkern, eine bestimmte Flammenform. Es gibt ein Flammenflackern und im Verhältnis zum Hintergrund eine bestimmte Beleuchtungsstärke. Das sind die drei Punkte, auf die Aviotech achtet. Wenn das vorhanden ist, gibt es auch noch mehr Algorithmen dahinter und Varianten, aber das sind jetzt mal so die drei Hauptpunkte. Sobald das vorhanden ist und für die Verifikationszeit auch ansteht, wird danach der Alarm getriggert. Beim Rauch sieht es natürlich anders aus. Rauch ist etwas Heiztransparentes, das Transparentes, was vor einem Hintergrund nach oben zeigt. In der Theorie nach oben. Wir wissen natürlich auch, aufgrund von Windeinflüssen, Ventilationen, Hältebrücken, aber auch Wärmepolstern, dass Rauch auch in der Anwendung nach rechts oder links ziehen kann und nicht unbedingt nach oben steigen muss. Deswegen machen wir das ja alles, dass wir am Ursprung erkennen können, ohne dass der Rauch zum Melder gelangen muss. Aber im Modell ist es so. Rauch zieht nach oben, halbt transparente Objekte. Und wir müssen natürlich unterscheiden können, ist es jetzt ein LKW, der nach rechts, links oder oben fährt, oder ist es eben ein Rauch, der hier entsteht. Zeitechnisch für den Rauch brauchen wir so ungefähr 4 Sekunden Detektionszeit und dann nochmal 16, 20, 30 Sekunden für die Verifikation. Das kann man eben individualisieren. Und für Flamme liegen wir bei 2 Sekunden Erkennungszeit. Plus nochmal 12 oder 14 oder auch 16 Sekunden Verifikationszeit. Das heißt aber, dass wir für beides ungefähr 30 Sekunden brauchen, bis es erkannt wird. Und das im Vergleich zu einem Melder, der immer an der Decke hängt. Wenn ich hohe Decken habe, ist hier ein entscheidender Zeitvorteil. Jetzt gucken wir uns aber kurz an, was eigentlich der künstliche Teil in diesem Algorithmus ist, der neu dazugekommen ist. Wir haben diese Informationen aus dem Algorithmus, die ich eben gezeigt habe. Also Rauchdichte, wie turbulent ist der Rauch, was sagt die Farbanalyse? Wie ist denn die Erkennung von der Flamme und vom Rauch? Und diese Informationen gehen mit der künstlichen Intelligenz auch wieder alles in der Kamera. Also nicht denken, dass wir jetzt was anschließen, alles in der Kamera. Und diese künstliche Intelligenz ist so trainiert, dass sie anschließend entscheidet, ist dies eine Flamme oder ein Rauch oder nicht. Was ermöglicht uns das? Die Kombination aus einem handgeschneiderten Algorithmus mit einer künstlichen Intelligenz bringt uns dazu, dass wir jetzt sagen können, uns reichen zwei Lux Beleuchtungswerke aus, damit wir Flamme und Rauch erkennen. Aber wenn wir unter diese zwei Lux kommen, können wir Infrarotstrahler installieren, um auch hier detektionsfähig zu sein. Zudem ermöglicht es uns, oder der Aviotech, robuster zu sein und auf der gleichen Seite sensitiver. Das heißt, wir können mehr Brände erkennen, sind aber zudem auch noch robuster gegen Stöhreinschlüsse. Und all das ist eben möglich durch die Zusammenarbeit zwischen einem physikalischen, handgemachten Algorithmus und einer künstlichen Intelligenz, die dahinter gesetzt wird. Jetzt waren wir ein bisschen technisch und haben erst mal gehört, wie es funktioniert. Und jetzt zum Ende hin möchte ich noch mal ganz kurz über ein paar Referenzen sprechen. Es ist immer ein bisschen schwierig, das alles voneinander zu trennen. Ich habe schon drüber gesprochen, aber ich möchte es einmal noch kurz mit ein paar Bildern auch hinterlegen und noch einmal am Ende aufgreifen, wo Aviotech bereits schon installiert ist. IncaPalm, die Firma in Equador, die halt eben Kartonazen installiert, äh, produziert für Bananentransporte, die hatten wirklich ein Problem und haben gesagt, sie möchten die Reaktionszeit verbessern und haben deswegen Aviotech installiert, weil es für sie eines der schnellsten und modernsten Detektionssysteme ist. Also das ist wirklich so unser Kunde, wo wir sagen, genau deswegen gehen wir eigentlich da rein in diese Fabriken und finden, dass Aviotech hier einen Vorteil liefert. Auch MoMedia hatte ich schon gesprochen, Altpapierzentrale hier in Deutschland, die eben Aviotech installiert haben, um das Altpapierlager zu sichern, noch mehr zu sichern. Die haben auch Standards-Bandmeldetechnik und sie sagen auch, dass die funktioniert. Sie brauchten aber etwas, was noch frühzeitiger erkennt, damit eben noch mehr Brände, ähm, ja, eben nicht mehr stattfinden. Dann noch ein anderes Projekt, das ist in Chile, aber so ein ähnliches haben wir auch in Deutschland, ein automatisiertes, ähm, Lager für Kaponagen. Und hier ist das Problem, dass die Regale für ein Ansorgrauf, System nicht die Stabilität gehabt hätten. Die wurden irgendwann produziert, als es hieß, nee, Sprinklersystem, da hieß es, dass das Sprinklersystem an der Decke ausreicht. Und dann kam die Versicherung erneut hin und meinte, ja, hm, die neuen Vorgaben sagen, wir brauchen jetzt auf jeder Ebene ein Sprinklersystem. Und der Kunde hat gesagt, Leute, das kann ich nicht machen, funktioniert nicht, halten die Regale nicht aus und zudem ist es ein automatisiertes Lager. Das heißt, jede Regalebene passt sich an. Ein Roboter bringt die Kartonagen, die haben eine bestimmte Höhe, die Regalebene passt sich an und dann wird es weiter transportiert. Sollte das mal nicht 100% funktionieren, Entschuldigung, dann habe ich das Problem, dass eine Kartonage auch so ein Sprinklerkopf mal abtrennen kann. Und wir wissen, was dann passiert. Papier und Wasser verträgt sich auch nicht so gut. Und dieses Wasser brauche ich auch nicht unbedingt in meiner Fabrik, wenn ich weiß, wie lange das Ton in dem Behälter gestanden hat. Und hier haben wir mit Endkunden und Versicherung und Franz Sachverständigen zusammen Testaufbauten gemacht mit Aviotech. Und hier ist es tatsächlich auch so geworden, dass Aviotech ein Teil des Brandschutzkonzeptes ist und somit hier die Lösung für die Versicherung auch darstellt. Das heißt, hier muss nämlich zusätzlich noch ein EN-zertifiziertes Produkt installiert werden. Hier hat Aviotech praktisch in dem Sinne auch ausgereicht. Dann fahren wir gerade einen Test. Das heißt, wir haben noch keine Installation, in dem Fall, über die wir berichten können, weil es erst Mitte letzten Jahres auf den Markt gekommen ist, dass Aviotech halt auch im Außenbereich, im geschützten Außenbereich installiert werden kann, das heißt mit Dach oder nah an einem Gebäude. Aber hier haben wir schon einige Testinstallationen auch gefahren, gerade auch in der Industrie, im Bereich Außenlager, wo eben Aviotech sehr gut frühzeitig Flammen und Rauch eben auch in diesen Außenbereichen erkennen kann. Gut, ich möchte gerne die Zeit auch noch nutzen. Wir haben jetzt noch neun Minuten. Hier wird auch gerade mal einen Schluck trinken. Entschuldigung. Ich sehe auch gerade einen Rechtsstaatfehler auf der Folie. Meine. Flüchtigkeitsfehler. Also es heißt natürlich Deutschland. Nutzen Sie im Anschluss an die Präsentation auch gerne nochmal diesen QR-Code, um auf unsere Webseite zu gelangen, um hier die Möglichkeit zu nutzen, auch eine Demo zu buchen. Erzählen Sie es auch gerne weiter und kommen Sie auch mit Fragen auf uns zu. Ich würde jetzt gerne die letzten Minuten noch nutzen, um ein paar Fragen zu beantworten, die in der Q&A gegebenenfalls schon aufgekommen sind. Wenn Sie Fragen haben, jetzt muss ich mal ganz kurz hier dafür sorgen, dass Sie mich auch wieder sehen. Entschuldigung. So. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie die auch sehr gerne im Nachgang nochmal mitteilen. Eine Frage, die gerade aufgekommen ist, was denn nun der geschützte Außenbereich eigentlich genau ist? Weil wir immer davon reden, dass man Aviotech halt eben im geschützten Außenbereich installieren kann. Was bedeutet denn geschützter Außenbereich? Geschützter Außenbereich ist für uns gesehen etwas, was wirklich nah am Gebäude ist. Das heißt, im Falle eines Außenlagers, was sich direkt am Gebäude befindet oder eine Fläche unter einem Dach, beispielsweise auch, wenn man jetzt an solche Recyclingunternehmen denkt, die haben ja auch oft solche Dächer drüber und dann der Müll, der dann rumliegt, sowas in dem Fall. Wir reden hier halt nicht von einer Waldbranderkennung als Beispiel oder so Riesenflächen, wie so Solaranlagen auch so im freien Feld, wenn man hier sagen muss, dass das von der Distanz einfach alles auch noch zu weit ist. Wir können mit der Abiotech, mit dem Standardobjektiv 60 Meter weit schauen und erkennen, mit anderen Objektiven auch teilweise bis zu 300 Meter, aber so drei, vier Kilometer in die Entfernung, das ist einfach nicht so möglich und ja, da müssen wir halt sagen, dass wir halt jetzt uns auf diesen geschützten Außenbereich fokussieren. Eine andere Frage war noch, wie Abiotech bezüglich Zertifizierung steht. Abiotech besitzt eine VDS-Zertifizierung seit 2017 und 2019 ist auch ein Standard vom VDS auf den Markt gekommen, wo man jetzt eine praktisch videobasierte Branderkennung dran zertifizieren lassen kann. Bei Abiotech ist es oder bei videobasierter Branderkennung allgemein, ist es der Fall, dass der EN oder auch die ISO noch keinen wirklichen Standard haben, also es gibt keinen Standard, aufgrund dessen man Abiotech zertifizieren lassen kann und deswegen gibt es hier einfach noch keine Zertifizierung bei EN oder ISO. Daran wird gearbeitet und ich denke, ich denke, dass da in Zukunft auch irgendwann was kommen wird, weil es immer mehr vom Markt gefordert wird, aber das ist in dem Fall halt noch nicht möglich und deswegen hoffen wir einfach, dass die ein bisschen schneller werden und da auch eine Zertifizierung auf den Markt bringen. Dann ist die Frage gekommen, kann nicht Abiotech an jedes Bosch Brandmelde Panel praktisch hängen. Mit einem Relaiskontakt kann ich das tun, also ich kann das als Relaiskontakt ausschalten auf eine Brandmeldezentrale, jedoch muss ich hier darauf achten, dass dadurch, dass es nicht EN zertifiziert oder systemzertifiziert ist, ich hiermit keinen externen Alarm triggern darf. Das heißt, ich kann jetzt als internen Alarm halten, dass ich praktisch einen Haufalarm irgendwie habe oder einen internen Alarm und dann jemand das überprüft und mit einem Handmelder praktisch einen externen Alarm auslöst, eben weil es keine EN-Zertifizierungsmöglichkeit für Adios ergibt, können wir sie nicht zuglassen nach EN, weil es diesen Standard nicht gibt und deswegen kann sie auch nicht einen externen Alarm triggern. Wir hoffen wirklich, wie gesagt, dass EN irgendwann eine EN54-Norm für Video-basierte Branderkennung auf den Markt bringt, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, Aviotech danach zu zertifizieren. Ich denke, es wird noch dauern, weil der EN oft darauf wartet, was der ISO macht. ISO ist gerade ist gerade dabei eine Test- Spezifikation zu erstellen für Video-basierte Branderkennung und wenn die durch ist, dann hoffe ich, dass der EN das auch adaptiert. Nichtsdestotrotz haben der VDS und auch BOSS selber Aviotech sämtlichen Testfeuern unterzogen im Brandlabor. Also die Testfeuer, die man auch aus den EN-Normen kennt, die hat Aviotech alle detektiert. Also da sind wir von der Hinsicht fahren wir da sehr gut, dass die auch alle im Zeitrahmen natürlich erkannt werden, um einige früher, aber es gibt einfach wie gesagt keine Norm. Deswegen müssen wir hier schauen, wo sie zusätzlich hilft und wo sie dem Kunden den Mehrwert bietet, früh zu erkennen und die wirklichen Probleme, die man hat, zu lösen. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Es tut mir leid, dass ich zwischendurch ein paar Lichtprobleme hatte, aber ich hoffe, dass es trotzdem geklappt hat. Der wichtigste Teil ist auch die Präsentation und nicht, dass Sie mich immer sehen. Ich hoffe, dass es Ihnen was gebracht hat, auch zu verstehen, warum Aviotech, auch wenn es ein Zusatzprodukt ist, zu dem bestehenden Brandmeldetypen, dass Aviotech eben ein wirkliches zielführendes Produkt ist da, wo ich einfach mit meinen Standardbrandmelder nicht mehr weiterkomme oder auf Herausforderung stoße. Ich habe noch eine Frage gerade reinbekommen, gibt es Wirksamkeitstests vor Ort für die Aviotech? Wir führen normalerweise bei jedem Projekt, was es gibt, ich sage jetzt jedes, aber für mich sind es 90 oder 95 Prozent der Projekte, wo wir das machen, dass wir wirklich eine Aviotech installieren, einen Rauch, einen Flammentest machen, und das sieht man jetzt auch hier auf dem Bild ganz gut, hat man halt die Aviotech hier in den Vordergrund gestellt und hat dann hier hinten Rauch und Flamme mal produziert, um zu sehen, wie funktioniert es denn, funktioniert es auch die Entfernung, funktioniert es da, wo ich es als Kunde auch möchte, dass es funktioniert, um eben zu zeigen, ja, in der Anwendung geht es. Wir haben teilweise Aviotech auch für drei Wochen installiert gehabt, um zu sehen, ob es funktioniert, ob es klappt, ob es auch in dem Alltag integrierbar ist, wie muss ich meine Einstellungen anpassen, muss ich sie ein bisschen robuster stellen oder sensitiver lassen, das sind einfache Einstellungsmöglichkeiten mit so zwei Slidern, aber auch das kann man natürlich in solchen Wirksamkeitstests vor Ort eben erkennen. Also da gerne hier über den QR-Code, übers Handy oder auch so einfach auf unsere Webseite gehen, wir haben dann ein Formular, was wir ausfüllen können oder sie wenden sich direkt an ihren Partner vor Ort bei Bosch und wenn mich das oder uns das erreicht über diese Webseite, dann leiten wir das weiter, dass wir auch eine Demo vor Ort bekommen mit Aviotech und dass man sich ihr Projekt eben auch anschaut. Wie gesagt, da gerne auf uns zukommen, wir freuen uns auch über Feedback zu dem Webinar, ich würde mich freuen, Sie nochmal in einem anderen Webinar wiederzusehen und wünschen erstmal noch einen schönen Tag und hoffe, dass ich Ihnen eine abwechslungsweiche, interessante Dreiviertelstunde bereitet habe und genau, ich freue mich, wenn ich Sie das nächste Mal wieder höre und bedanke mich. Bis dahin und noch einen schönen Tag. Tschüss!